Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und ich möchte euch heute gerne meine Januar Favoriten vorstellen. Das erste Produkt, was ich euch gerne zeigen möchte, das ist dieses kleine Fläschchen hier. Und zwar ist das ein Body Splash mit dem Namen Aloha. Das war in irgendeiner Beauty Box drin, Pink Box oder Glossy Box. Ich glaube Glossy Box. Ich habe es wirklich jeden Tag verwendet, weil es riecht einfach nach Urlaub, nach Sonne, Strand, Meer. Und ja gerade jetzt in dieser kalten Winterzeit habe ich es gerne benutzt, einfach um aus diesem grauen, nassen Tief heraus zu kommen. Es riecht wirklich sehr, sehr schön und da ist auch nicht mehr viel drin, weil ich es halt regelmäßig benutzt habe. Ich würde es mir auf jeden Fall immer wieder nachkaufen. Wie heißt denn die Firma überhaupt? Ich glaube das ist die Firma. Steht da gar nicht drauf. De Bruyere. De Bruyere. Ja, das wird wohl die Firma sein. Und ich habe aber schon einen ähnlichen Duft, der heißt auch Monois, Monois, irgendwie sowas, bei Yves Rocher gesehen. Und da habe ich nämlich zwei Duschgele, zwei Duschgele mit dem Duft der Monois-Blüte. Und ich habe auch schon gesehen, dass Yves Rocher einen, ich glaube auch einen Körperspray hat mit der Monois-Blüte. Und ja, das ist einfach mein Favorit im Januar gewesen. Und ich denke, der wird auch bald in die aufgebrauchte Kiste wandern. Das zweite Produkt, was ich regelmäßig verwendet habe, einfach so zwischendurch und immer mal wieder. Und zwar ist das ein Lipgloss von der Firma Tees. In der Farbe Plum, Juicy Plum, das war auch mal in einer Glossybox, das ist schon Ewigkeiten her. Und wie man sehen kann, ist das schon sehr gut aufgebraucht. Ich glaube, das geht nur noch, wenn man das jetzt ruhen lassen würde, ungefähr bis hier. Das ist einfach ein wunderschöner Gloss, der eine schöne Farbe abgibt. Da muss man auch nicht drauf achten, dass man das jetzt richtig präzise auf die Lippen aufträgt. Einfach so zwischendurch. Ich habe es immer mitgehabt in meiner Handtasche. Von daher Favorit Nummer 2. Das gehört auch zu meinen Favoriten für den Monat Januar. Januar war sehr stressig für mich. Und ich brauche da einfach Produkte, die man mal zwischendurch eben schnell auftragen kann, ohne viel Tamtam. Und dazu gehört einfach diese Lidschatten, diese Konturpalette. Ich habe die aber auch als Lidschatten benutzt. Und zwar ist da eine Konturfarbe drin, ein Blush und ein Highlighter. Und die sind eigentlich perfekt pigmentiert. Perfekt für mich heißt, wenn da nicht zu viel Pigment abgegeben wird, sondern man geht mit dem Pinsel einfach rein in den Blush zum Beispiel und geht mit dem Pinsel übers Gesicht. Und man ist schon fertig. Es besteht einfach nicht die Gefahr, dass man overblushed ist. Genauso verhält es sich mit der Konturfarbe. Habe ich eigentlich schon gesagt, wie die Palette heißt? Nein. Und zwar ist das eine Catrice Palette. Die nennt sich Skyping Powder Palette. Und hier steht Limited Edition. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dann rübergegangen ist. Das ist ein Standard-Sortiment. Aber auf jeden Fall war das eins meiner Favoriten im Januar. Und wird es wahrscheinlich auch die nächste Zeit bleiben. Produkt Nummer 4 ist ein Produkt von Yves Rocher. Und zwar in der Duftrichtung Lavendel. Ich liebe Lavendel. Lavendel ist für mich ein mediterraner Duft. Das erinnert mich an meine zweite Heimat. Kroatien. Das ist einfach eine Body Lotion. Man geht von dem Lavendel Duft umhüllen. Der hält auch relativ lange. Die Pflegewirkung ist ganz okay. Also es ist nicht so, dass sie wirklich viel Pflege bietet. Aber für mich persönlich erreichte es. Und die zog auch sehr schnell ein. Was ich auch super finde. Im stressigen Monat Januar. Produkt Nummer 5. Das ist diese Foundation von Catrice. HD Liquid Coverage Foundation. Ich habe die Farbe, ich glaube die hellste Farbe, Light Veige 010. Ich finde sie klasse. Also ich finde sie wirklich super klasse. Weil sie wirklich sehr gut deckt. Und trotzdem nicht dieses kekige Finish auf der Haut hinterlässt. Ich bin wirklich sehr begeistert. Und ja, es ist so, dass man hier eine Pipette hat. Mit dem man sich das Produkt einlaugt. Und dann, ja, dann tröpfle ich ein paar Tropfen. Oder eigentlich ein Tropfen. Ein Tropfen reicht fürs ganze Gesicht. Sie ist wirklich sehr deckend. Und sehr ergiebig. Genau. Sehr ergiebig. Und das ist auch eine ganz tolle Foundation. Und es stimmt tatsächlich, was viele YouTuber von dieser Foundation behaupten. Also ich habe wirklich sehr gute Reviews darüber gesehen. Und deswegen habe ich sie mir auch gekauft. Ist aber schon länger her, wo ich sie mir gekauft habe. Und jetzt bin ich endlich dazu gekommen, sie auszutesten. Und ich bin super begeistert. Produkt Nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist ein Eyeliner. Das ist ein Eyeliner von Trend It Up. Intense Color Eyeliner in Waterproof. In der Farbe 040. Ja, das ist so eine Aubergine-Farbe. Und das ist ein wunderbarer Eyeliner. Ich liebe den. Den habe ich auch erst jetzt, letzten Monat, für mich entdeckt. Ich hatte vorher immer einen Filzstift-Eyeliner gehabt. Und damit bin ich überhaupt nicht klargekommen. Weil der einfach nicht auf dem Auge passen geblieben ist. Es hat verschmiert hier an den Seiten. Und es sah nach einer kurzen Zeit nicht mehr sehr schön aus. Dann hatte ich den ausprobiert. Und ich bin mega begeistert. Weil er wirklich hält. Er hält wirklich auf dem Auge. Und er verschmiert einfach nicht. Man kann ihn präziser auftragen. Und er ist so langanhalten, dass man ihn mit einem normalen Make-up-Entferner, Augen-Make-up-Entferner, nicht herunterbekommt. Oder sehr schwierig herunterbekommt. Da muss man schon einen speziellen Augen-Make-up-Entferner verwenden. Der auch wasserfeste Mascara und wasserfestes Augen-Make-up entfernt. Also es ist wirklich ein ganz tolles Produkt. Und deswegen gehört er zu meinen Favoriten im Januar. Und da wir gerade von wasserfestem Augen-Make-up gesprochen haben, kommt hier mein Favorit Nummer 7. Und zwar lebt es sich hier um das Garnier Skin Active mit Zellen Wasser All-in-One Waterproof. Ich bekomme mit diesem Schätzchen hier alles runter. Also auch wasserfeste Mascara, wasserfeste Eyeliner kriege ich mit runter. Und zwar ohne, dass ich viel rumreiben muss. Legt den Wattepad aufs Auge, lässt es ein paar Sekunden einwirken. Und dann kann man das Ganze abziehen und wiederholt das Ganze ein paar Mal. Und dann ist man eigentlich schon abgereinigt. Absolute Empfehlung. Und Favorit Nummer 8 für den Monat Januar. Und das ist auch mein letztes Produkt, was ich euch zeigen möchte. Das ist von Alverde. Das Fixing Spray. Ich habe es erst entdeckt. Ich habe es, wie man sieht, habe ich es auch nicht sehr häufig verwendet. Das geht ja nicht so schnell. Aber ich hatte vorher ein Fixing Spray von Love. Und das fand ich nicht so gut. Das wurde mir mal zugeschickt. Aber meine Haut, die hat es einfach nicht vertragen. Und dann habe ich halt nach Alternativen geschaut. Und habe dieses gefunden. Es ist vom Duft her richtig, richtig schön. Brühnebel. Also es ist wirklich sehr, sehr schön verteilt. Und ich habe es immer gerne benutzt, entweder um das Make-up zu fixieren oder aber zwischendurch, wenn ich merke, dass meine Haut anfängt trocken zu werden durch die Heizungsluft, wenn sie anfängt zu spannen, dass ich dann hingegangen bin, einfach zwischendurch mit dem Fixing Spray übers Gesicht gesprüht habe. Und dann hat man sofort einfach den Effekt gemerkt. Die Haut hat sich entspannt. Der Duft hat die Sinne entspannt. Also ich finde den Duft wunderschön. Ich habe aber auch gehört, dass viele den Duft nicht mögen. Ja, mir gefällt er auf jeden Fall. Das waren meine 8 Favoriten für den Monat Januar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017